Fernsehen, schauen wir Esel im All. Das ist gefährlich. Aber stört ihn Kapitän, ja. Du, kann ich ihn mit einem Stock biegsen? Okay. Behördenregel 74, sei immer misstrauisch bei Dingen, die eben noch nicht da waren. Was? Sieht ganz sicher aus. Esel im All! Warte, der ist nicht mal angeschlossen. Warte, der ist nicht mal angeschlossen. Oh! Ah! 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 Ah!